so meine lieben freunde morgen 19 uhr ist es soweit der 400 abo livestream hier bei uns von Zerberg L.P. Link ist natürlich unten in der Beschreibung fünfmal zehnmal etwa ab 19 Uhr und wir werden diesmal nicht nur Minecraft spielen, sondern wir werden auch noch ein paar andere Sachen spielen, denn der M.O.D. wird da bei mir sein und als es geplant ist Minecraft am Anfang und dann zwischendurch ein bisschen TTT, also Garrys Mod dann auch M.P. 2 aber natürlich auch noch ein paar andere lustige Spiele, wo ihr auch mitmachen könnt und dazu werdet ihr aber dann auch während des Livestreams noch was erfahren denn ich werde wahrscheinlich dann unten in so eine Livestreamer die TS-IP einblenden und da könnt ihr dann drauf joinen und dann mit hier im Livestream dabei sein, wenn wir irgendwas mit der Community dann zocken das wird dann ziemlich lustig, also ich nenne einfach mal ein Beispiel und zwar werden wir so einen Ong, äh, äh, so einen, äh, so einen, so einen, so einen Browser-Shooter spielen, keine Ahnung, hat M.O.D. entdeckt für sich, keine Ahnung, fragt mich nicht, werden wir alles noch rausfinden, denn er wird es mir auch noch vorstellen, ein Shooter auf jeden Fall, das ist so etwa der Plan wir werden natürlich kein Ende setzen wir werden es so lang machen, bis uns hier schlecht wird, denn wir werden hier davor natürlich Merewe einkaufen dabei sein werden ich und Janis natürlich, also M.O.D. und wer auch dabei sein wird, wer ist die Trissi LP und sonst, ja, gucken wir mal, wer so Zeit hat und dann, Achim Hintergrund seht ihr irgendein Gameplay wahrscheinlich von, äh, keine Ahnung, MB2 oder sonst irgendwas und dann würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns morgen 19 Uhr auf Twitch und bis dahin wünsche ich euch noch ein schönes, äh, ja, einen schönen letzten Schultag und dann entspannt euch morgen beim Livestream, wir werden uns auch total entspannen ja, gut, weitere, äh, weitere Infovideos werden demnächst auch öfters kommen zu einfach bestimmten Themen, die wir jetzt mal in nächster Zeit ansprechen möchten aber das werdet ihr dann alles in den nächsten Infovideos, ja, mitbekommen auf jeden Fall morgen 19 Uhr Twitch.tv Slash JavaLP und bis dahin, tschüss liebe Leute